und hallo ihr Dauertuch Fanatiker heute wieder dabei wird es nur wieder bei World of Tanks Prozent ich habe mir nichts vorgenommen so kann ich habe das vorgenommen aber ich habe mir nichts vorgenommen ich habe mir erst gestreckt von der letzten Aufnahme her und mehr habe ich nicht gemacht und ha so ist es was mit unserer Aufnahme und da bei uns schiede ich mich in der Aufnahme mit einem klassischen Schiff Schiff nein mache ich nicht Fraschitz gerade hier und der Hund ist wieder hier so babysitten auch nö mitten Gottes Kacke auch das ist Müll Läuter EWUG die Schicksalfang wieder als Sinn Predigen überletzen aber die Map ist nicht die ist Müll oder ist es die ich habe alles zurück ich kenne die Ohne selbst zwei selbst voller Fenten ja doch müssen auch mit die sind wieso total die andere mit zwischen ausrichten ausrichten Kofak ich habe es schon wiederum ausgerufen Bild um Schreck mein Schnauze so ziemlich schluss 3 also schafften doch den tut noch den Tod schafft nichts mehr es kommt bei unten links unten links 1 von 80 das ist echt kacke am dampfen kann ich sagen ich verschlage mich mal hier ins gebüsch das kannst du noch snipen das kannst du mir die links so schon immer nur also so geiler anfangen schon was dann wegen youtube in stuttgart schlecht scheiße weg 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 jetzt haben wir uns jetzt haben wir uns jetzt haben wir uns scheiße also schon ein prozent dauerhaft so alt hat gehört ich bin grad ich bin ein bisschen ruhig ist schon ruhiger ich versuche leicht hochdeutsch zu reden gewonnen ist es nicht versteht 2 wird das ja alle drei wird heißen müssen bei wird fürstklasse bei wird fürstklasse angebot hoch zwei meine schlacht hier die teils die maus ist die mausstörungen so scheiße hier dreimal für ersten tagessieg war mal hier ausführliche bericht alter schade schade steht es mit drinnen was ich wissen wollte wenn man mich ist wieder den t1 da schon schlägt hoch alle sammeln schnaft so schickt das spieler auf in den zweiten bildschirm und warum ausmacht mit dem maus gibt es bei den ersten bildschirm in der taskbar und also in der taskliste und nein und da ist ja dieses ich habe windows 7 noch dass du unten dieses rechts unten dieses teil wenn du drauf gehst da sind alle anwendungen als geschlossen also tut es minimieren und da kommt schon drauf immer komischen namen manchmal auch nicht schon die map ist doch langweil schon immer die selben web sind schock hat das hinzu sagen aber das sagt ich nicht das ist bild du das passt jetzt nicht also das schon rein aber es ist ein zwischen mich aber das ist auch immer ewig da hängst du ja schon zur hälfte von dem video fast schon dreiviertel von dem video tust du nur warten bis der schlacht beginnt schlacht ist es kurz ist dabei schon auf dem jahr das wenigstens gut bei der sache das ist die schlechte da stehen bleiben mitten dort nur gegen fahrt in die dauern da will ich drüber also explodiert alles oder alter schlug gerade überhaupt nie hin was schmacht das schrecklich also ich schreibe schlacht schlug gerade zu mir schlug gerade zu mir hier Äh! Nicht hier vorne! Ziel erfasst! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Wo sind sie hin? Feuererlaubnis erteilt! Der ging nicht durch! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Jetzt haben wir echt den Auschoffen! Die Steuerung reagiert nicht mehr! Haben sie was von dem Auschoffen? Ziel verloren! geht's! Das war's für uns. Das war's für uns. Das war's für uns. so und habe ich nun die dick Prozent angehorscht da ist es so schön ich hab's gesehen wahrscheinlich reden und so das Problem nach ständen hier in dem Programm geguckt und dort in den Programmen hat oder sogar Windows Media Player nicht funktioniert etwas für so kacke muss ich mal sagen um hat sich rausgestellt auch schon ein Headset als doch in der Aufnahme müsste mal gucken habe ich von Minecraft vor das Jahr die ist ja schnell längst oben und so ein äh äh Intel Player war das aber ich komplett äh von meinem Headset ausgemacht deswegen ist es so leise habe ich ausgemacht und da habe ich das dann nicht mehr habe ich das dann nicht mehr gehört und zwar duf naja so die Panik bekommen kann ich echt sagen da scheiße sie dir bei sowas ein aber ich habe sag ich muss das ganze nachvoll tun oder neu machen hat sich so keinen Bock drauf war schon abends um neun und ich hatte schon angefangen kurz nach 7 kurz nach 7 hab ich angefangen da können die denn kommen ja schlaube kurz nach 7 hab ich ähm kurz nach um 7 hab ich ähm hab ich mit auf der Aufnahme an angefangen um 9 fertig habe ich aber muss die Pause und machen zum Schutz war nicht schlecht es wurden dies es wurden für diesen Fahrzeugtyp keine Aufträgen gestorben kein Aufträgen gestorben ja Pech gehabt geste davon machen wir hier durchs Wasser über Land keine jeder er fängt der Geilomatik an das sind die zwei Medien wo ich selbst vor der Fettigung er hat Teller wie ich muss mir angewöhnt dass ich Artillerie sagt ich selbst vor der Fettel Arturie ging der Schöpfung und Artillerie Feuer und das ist nun selbst vor der Fette Feuer einstehen was so keine selbst vor der Fette man kann aus dem Ding eine selbst vor der Fette machen hab ich nicht nicht gewusst die Konzertschule am Anfang verkauft dazu das kackt im Panzer ab diese nicht aber nicht ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß zieler fasst gegnerfahrzeug ausgeschaltet das muss ich hinfahren nicht da lang da runter hoch ja ich weiß ich soll schießen komm her so hör hoch so zufrieden es geht auch Fachmann zum Kopf geschitten sagt Moritz haben die die jahrt in gehen ihn also halb geschrieben ich achte so bei mir auf Verschreibung das war immer ich schnandt und kommt auch mal doch mal haben sich den Kopf beschissen der Erkenschen 1 2 3 4 5 6 ja gut das ist schicken um es in Schmied und 16 Minuten das ist es jetzt Ende bringen das Mosch angriffsspielschutz von Rambo gegen keine schmalt ich habe mich erst mal hier da ist sie zu tief scheiße wir sind erledigt ja das war mein Fehler da müssen sollten so überhaupt nicht mit Absicht das Wort Prozent achten nackt Spende schnell Prozent wenn ich die Falle schildes angeguckt habe auch rüstieren kommentieren abonnieren keine Ahnung welche Einflug macht einfach und verabschiede ich mich mit einem klassischen tschüss tschüss